Wenn du wissen möchtest, was die Min-Philosophie ist und warum weiße Zähne so wichtig sind, dann schau dir dieses Video an. Schöne, helle Zähne waren für mich immer sehr, sehr wichtig und ich habe immer als erstes auf das Lächeln von meinem Gegenüber geschaut. Und wenn das ein tolles, schönes Lächeln war, dann war er mir direkt sympathisch und wenn die Zähne vielleicht nicht so schön waren, gelb waren oder ungepflegt aussahen, dann hat es sich sofort irgendwie auf die gesamte Persönlichkeit des anderen ausgewirkt und man hat das Gefühl gehabt, das ist ein Mensch, der sich vielleicht nicht besonders gut pflegt. Aber warum ist das so? Heute verstehe ich, warum helle Zähne so wichtig sind, denn helle Zähne stehen für Jugendlichkeit, für Stärke. Helle Zähne suggerieren Gesundheit und sind einfach auch zum Beispiel in vielen, vielen Ländern ein Statussymbol, dass wenn man gepflegte, tolle, helle Zähne hat, dass man eben auch erfolgreich ist. Und das ist das, was sich so bei uns in den Köpfen über viele, viele Jahre festgelegt hat. Und das ist das, was im Prinzip auch evolutionsbedingt dazu führt, dass wir Menschen mit hellen Zähnen, tollen Lächeln vorziehen. Man hat viele Untersuchungen dazu gemacht und einfach mal Menschen Fotos gezeigt von einer und der gleichen Person, einmal mit hellen Zähnen und einmal mit gelben Zähnen. Und man hat das Foto mit den hellen Zähnen vorgezogen, weil man da den Menschen eben sympathischer und attraktiver fand und weil er so eine gewisse Stärke ausgestrahlt hat. Und das war auch für mich die Motivation zu sagen, bei meinen Produkten soll es sich immer darum drehen, den Zahn natürlich gesund zu erhalten und die Mundhülle gesund zu erhalten. Das ist für mich die Basis, aber es soll sich viel mehr darum drehen, die Zähne hübsch zu machen, heller zu machen und zwar von jedem Produkt. Das heißt, ob es die Zahnpasta ist, ob es das Mundwasser ist, jedes Produkt hilft uns ein Stückchen mehr, unser natürliches Zahnweiß hervorzuholen und im Rahmen unserer natürlichen Möglichkeiten eben uns ein tolles, strahlendes Lächeln zu ermöglichen. Und deswegen heißt es Dental is Beauty, denn für mich ist ein schönes Lächeln das schönste Schönheitsaccessoire, was wir haben können. Und das ist das, was mich jeden Tag absolut erfreut. Und umso mehr freue ich mich, wenn ihr zu Hause auch die Möglichkeit bekommt, ein Stückchen mehr euer Lächeln zu verschönern. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unser Kanal.